Nun, wenn man den Propheten nicht zum Berg bringen kann? Waldo, was machst du denn hier? Ich putze nur deine Windschutzscheibe. Ah, mein Junge, du bist ein Prinz, aber ich habe eine Verabredung mit einer Flutter. Hieft Anker. Eingeholt. Oh, die Windschutzscheibe musste wirklich mal geputzt werden, nicht wahr, Angus? Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so klar durchblicken konnte, war 1956.